Ich bin eigentlich zufrieden, ja. Es war das erste Mal, dafür bin ich eigentlich zufrieden, ja. Wieso hast du heute Morgen gefunden, trotz dem schlechten Wetter, wenn wir schiessen gehen? Es war eigentlich nicht heute Morgen. Letzte Woche haben wir gesagt, wir gehen schiessen. Wir haben uns angemeldet, also kommen wir auch. Der Regen ist gleich, wir sind ja drinnen. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden für das erste Mal, also ich habe letzte Woche Probeschiessen gemacht. Also ja, 31 Punkte finde ich gut. Wir sind anfangs gut gelaufen, aber dann ist es schlechter geworden. Wie viele Punkte hast du? 22. Beim ersten Mal. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 2. 3. 3. 6. 6. 9. 10. 10. 10. 10. 10. 11. 10. 10. 10. 10. 10. 10. 11.